Nächster Eckball für die Bayern, Sebastian Deißler und da ist Martin Demichelis. Das Tor für die Bayern. Das 2 zu 0 für den deutschen Rekordmeister und es ist der Innenverteidiger Martin Demichelis per Kopf. Super Eckball von Sebastian Deißler und dann steht Mitsu da, völlig frei im Strafraum, der Italiener und nickt ein. Ein super Tor. Jede Tor ist besonders. Aber in der Allianz Arena ein Tor zu schießen, genau auf der Seite der Kurve gegen Juventus, da waren viele Weltmeisterspieler. Genau in so einem wichtigen Spiel, in der Gruppephase, hatte ich die Möglichkeit, meine Waffe, kann man sagen, in diesem Kopfballduell ein schönes Tor zu machen, da war schon besonders. Das war nicht nur wichtig für die Ergebnisse, für die Mannschaft, für die Gruppe, sondern auch besonders für mich, bei genau diesem Tag am Vormittag. Uli Henes und Kalle Rummenier haben genau mit meinen Berater getroffen, die Möglichkeit zu verlängern oder nicht. Da war es fast einfach, einen Tag danach für meine Berater auf die Besprechung zu kommen. So, ich bin mit dem Tempo gekommen, die Flanke von Basti war überragend. Ich musste einfach springen und versuchte, den Ball gut zu treffen. Bevor Interesse geht, aber auf dem Raum war auch Cannavaro, wir sprechen von Weltmeisterspielern, aber das Vorteil war, da bin ich mit dem Tempo gekommen, die haben schon gestanden. Dann hat er gegen mich keine Chance gehabt. Das Erste, was du brauchst, ist überzeugend zu sein. Für mich war das Erste, was immer mein Lieblingsraum. Ich bin da gelaufen, wie gesagt, der Ball gut gekommen und habe auch richtig getroffen. Ich habe bis 14 Jahre alt im Volleyball gespielt, deswegen hat dieser Sport mir geholfen, genau wegen dem Sprung und dem Timing. Diese kurze Sekunde in der Luft, das richtige Timing zu haben, war einfach ein tolles Moment. Jedes Tor ist besonders. Es ist richtig, richtig besonders. Am Ende spielen wir Fußball, weil wir haben Spaß mit dem Ball. Und wenn du den Ball triffst und dann den Ball zum Netz, feiern das ganze Stadion. Die Fans, deine Kollegen kommen zu dir. Das ist einer der schönste Moment für die Schuerspieler. Das ist der schönste Moment meines Lebens. Brust to the Past. Brust to the Past.